Pavlovich, du kannst das mit Alexander Pedersen sehr gut machen. Ach, du liebes Bisschen. Sargosen lässt den Ball einfach mal so tropfen zu winzig. Hast du das gesehen? Die zaubern sich hier ein zurecht. Acht Tore, 42. Minute. Hier, guck noch mal. Zunge schnalzen, Achtung. Die stärkste Liga der Welt. Live und in der Konferenz. Die Wikimoli AVL. Nur auf Sky.